Hallo und herzlich willkommen zu vermutlich einer Highlight-Folge von Unlimited Ghibli. Denn heute sprechen wir über Spirited Away oder wie er im Deutschen heißt, Chihiros Reise ins Zauberland. Ein Film, der durchaus ein ganz gutes Ansehen hat, würde ich mal behaupten. An meiner Seite sind wie immer Kata. Hallo! Björn. Hi! Und Markus. Guten Tag! Und ich bin Martin. Hi! So. Hi Martin. Hallo. Haben wir das geschafft? Let's get going. Ja, Spirited Away ist echt so, ich glaube, das ist einer der Filme, die so angesehen sind. Ich glaube, wenn man so die Allgemeinheit fragt, was ist der beste Anime-Film, wird wahrscheinlich Spirited Away rauskommen. Nee, Leute, mittlerweile, die, die, das, nee, mhm, Your Name ist bei denen, das ist die Normie-Antwort mittlerweile. Ich glaube nur, ich glaube, das, was aber genannt wird, das ist, wenn du bei Familienduell eine Frage hättest und das ist so, 100 Leute haben wir gefragt, nennen sie einen Film von Studio Ghibli, dann wäre 110 Leute hätten Shihiros Reise genannt. Ich würde sagen, so fünf haben noch Totoro genannt. Ich glaube, die, aber ich glaube gerade die Leute, die Totoro zuerst gesagt hätten, hätten Shihiro gesagt, weil die den auch noch kennen und dann irgendwie das, das, weil das ist, meine ich immer noch der Film, an dem man zumindest hier auch in Deutschland als erstes denkt. Ich weiß jetzt nicht, wie es irgendwie im Rest der Welt aussieht oder so, vielleicht auch in den USA, weil das der erste Anime oder wahrscheinlich immer noch der einzige ist, der einen Oscar gekriegt hat, tatsächlich, für besten Animationsfilm. Und das war ja auch für die damals so der, der Durchbruch dann im Westen. Also Mononoke war ja auch schon bekannt, aber Shihiros Reise war wirklich das, wo dann auch Leute, die keine Ahnung oder keine Lust irgendwie an Anime-Filmen hatten. Also, wow, hm, was, nani? Und haben sich dann eben auch die Sachen angesehen, deswegen. Und ich weiß auch noch, dass es damals so, ah, okay, der Film und dann ist man nochmal, ah, okay, jetzt lief, jetzt läuft Prinzessin Mononoke im Fernsehen oder so, gucke ich mir den auch an. Oh, How It's Moving Castle ist rausgekommen, den muss ich mir auch angucken. Oder zumindest die Miyazaki-Filme dann, weil ich glaube, das ist auch immer noch so hauptsächlich die Sachen, die bekannt sind. Und ich glaube jetzt nicht, dass die meisten Leute die Chroniken vom Erdsee oder so dabei genannt hätten. Das ist mein Lieblingsstipp, den Film. Auch der einzige, den ich gesehen habe. Und das ist tatsächlich auch ein Film, bei dem es sich mal wieder lohnt, über die Story zu sprechen. Ja. Das ist korrekt. Oh mein Gott, ich habe das Gefühl, Miyazaki hat wirklich mal, den hat man hingesetzt und irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat sich irgendjemand zwei Wochen auf ihn draufgesetzt und gesagt, du schreibst jetzt ein fertiges fucking Skript mit einem Anfang, einem Mittelteil, einem Ende, Charaktermotivationen, ohne Leerlauf. Und er so, fine, jeez, okay, mach ich halt meinen besten Film. Fuck, hier. Ich glaube, ich muss dein Bild aber kaputt machen, weil ich meine, hier war es auch so, dass er nur das Storyboard gemacht hat. Nur hier war es halt. Wie soll ich sagen? Also, der Film macht mich wütend, weil er so gut ist. Weil, wisst ihr, wie der entstanden ist? Miyazaki hat gesagt, okay, ich bin durch mit den Filmen, ich will nicht mehr neuen Animationsleuten im Weg stehen, ich zieh mich zurück, ich mach den Weg frei für neue, schließt sich ein paar Monate irgendwie in der Hütte im Berg ein, hat irgendeine Unterhaltung mit den Kindern von Freunden oder seinen Enkeln oder so und sagt so, jetzt mach ich Tihiros Reise ins Zauberland und mach einfach den besten Animationsfilm aller Zeiten, obwohl er sich zurückziehen wollte, um anderen den Weg freizumachen. Und er hat jetzt irgendwie so die größte Blockade ever aufgestellt, die, wie ich anmerken sollte, nicht durch Yundaym hätte durchbrochen werden sollen. Aber das ist eine andere Geschichte. Und dann hat er gemerkt, boah, die Taktik funktioniert so gut, das mach ich ab jetzt immer. Weil das ist so, seitdem hat er jedes Mal, das ist mein letzter Film. Das ist mein letzter Film. Das ist, und das war, glaube ich, schon bei The Wind Rises, dass Leute gesagt haben, komm, fuck off. Oh, ich bearbeite am neuen Film. Was ich aber auch hier sagen muss, also die Kritik zieht sich bei mir einfach durch. Ich finde den auch wieder zu lang. Echt? Wirklich? Also ich finde ihn nicht so schlimm wie zum Beispiel Mononoke, aber ich finde ihn zu lang. Ja. Also ich meine, da können wir dann gleich, glaube ich, mal drauf kommen. Aber da würde ich mal wirklich dann wissen, welche Stelle das dann war. Aber ich nehme mal jetzt sowieso an, als würde ich die Frage in die Runde, das war jetzt garantiert nicht das erste Viewing, was ihr von dem Film hattet, oder? Also ich nehme doch jetzt mal schwer an, auch in unserer Altersgruppierung, dass das auch so einer der ersten wahrscheinlich war, den ihr gesehen habt von Ghibli, oder? Das war der erste und das ist der einzige, von dem wir eine DVD hatten, außer Glühwürmchen. Den hatten wir auch noch und den habe ich einmal in meinem Leben gesehen als Kind und habe den nie wieder angefasst, bis ich älter war. Verständlich. Also ja, den habe ich auch relativ früh gesehen, auf jeden Fall. Also das muss so noch, wann kam der bei uns raus? Auch kam der 2001 oder 2002 bei uns in Deutschland raus oder so? Ich habe den auch, glaube ich, mit dem DVD-Release gesehen, recht früh. Ja, also ich war da auch noch recht jung. Also ich weiß, dass ich sehr traumatisiert von der Schweineszene vom Anfang war. Also da hatte ich, glaube ich, sogar Albträume von. Also der Film hat eh genug Nightmare-Fuel, finde ich. Das ist wahr, ja. Aber ja, also ich hatte tatsächlich auch von dem noch Albträume. Also so alt war ich da nicht. Ich habe ihn tatsächlich erst ein bisschen später gesehen. Also ich war, es war nicht mein erster. Ich glaube, mein erster war tatsächlich Prinzessin Mononoke. Und ich weiß gar nicht, wann ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber ich war schon ein bisschen älter. Also mindestens irgendwie Teenager. Mindestens 29 oder so. Ich glaube, ich war wahrscheinlich sogar schon über 20. Wow, okay, dass ich dich da echt so lange verbergen konnte, das vor dem Film. Ich muss auch sagen, ich habe ihn nur als Kind einmal gesehen. Seitdem hatte ich ihn jetzt nicht mehr gesehen. Also war es jetzt relativ frisch, den zu schauen. Ich glaube, das letzte Mal habe ich den so vor knapp zehn Jahren. Ich habe den im Studium mit irgendwem, mit einer Kommilitonin, glaube ich, mal zusammengesehen. Noch auf DVD oder so auch. Aber ich glaube, das ist seitdem auch das letzte Mal. Aber der war mir immer bei allen Viewings so ganz positiven Erinnerungen geblieben. Und deswegen hatte ich jetzt auch so ein bisschen Angst wieder so. Ich habe mich zwar voll drauf gefreut. So, okay, jetzt, Chino's Reise, da weiß ich irgendwie. Ich habe noch so drüber nachgedacht. So, nee, der Film hat keinen dummen, wirren Storyverlauf, der zu nichts führt. Der ist stringent erzählt. Der hat keine komischen Längen irgendwie mit dabei. Der ist nur von Highlights durchzogen. Und da hatte ich auch zum Glück recht gehalten. Das war ... Ja, ich sehe es auch so. Das war wirklich von vorne bis hinten. Aber ich glaube, der funktioniert halt auch als Kind. Das ist so ein Film, du kannst dich irgendwie in deinem Alter auf die verschiedenen Aspekte daraus irgendwie konzentrieren. Weil so als Kind habe ich so viele von den Sachen, glaube ich, so gar nicht irgendwie realisiert oder so. Und da war es einfach nur so, oh ja, irgendjemand ungefähr, mein Alter, wird halt in diese Fantasiewelt gezogen. Ist schon krass irgendwie, was da passiert. Da habe ich mich, glaube ich, näher zu den Charakteren gezogen gefühlt als in den anderen Ghibli-Filmen. Zumindest als ich die das erste Mal gesehen habe. Für Totoro war ich dann deutlich älter als irgendwie die Kiddies da. Und ich meine, ich kann mich jetzt nicht in den Zweite-Welt-Krieg-Pilot irgendwie hineinversetzen, der schon im mittleren Alter irgendwie ist oder so. Und bei Kiki, als ich den später gesehen habe, war ich auch, glaube ich, schon alt. Also das war bei Cielos Reise, glaube ich, das einzige Mal, dass ich den Film so gesehen habe. Und ich war so im perfekten Alter für diese Zielgruppe. Oder zumindest von der Protagonistin dann eben drauf. Ja, das hilft sehr. Ich finde auch, dass allgemein der Film sehr davon profitiert, dass es halt irgendwie, dass sie halt so aus unserer Welt in diese magische Welt eintaucht. Das funktioniert, glaube ich, besser als bei vielen anderen Ghibli-Filmen, wo es so magische Elemente gibt. Ausgenommen halt vielleicht Totoro. Dass man halt wirklich sich irgendwie mit ihr identifizieren kann als jemand, der eben in diese Welt eintaucht. Ja, aber ich glaube auch bei Totoro ist es ja selbst da, ist es ja noch so, es ist literally unsere Welt, in der das passiert und irgendjemand anders kriegt das irgendwie nicht mit, dass da dieser Bus ist oder der Katzenbus oder so. Aber hier ist es ja so, wir gehen durch ein Portal sozusagen mit dann Windows-Fenstern irgendwie drin. War ich der Einzige, der an das Windows-Logo denken musste, als sie in diesem Bahnhof ankommen und die Fenster oben zu sehen sind, diese Klarscheiben, sind die Windows-Farben da oben. Und dann gehen sie raus und du bist im Windows XP Screensaver erstmal drin. Also das kann noch, das ist doch kein Zufall, jetzt mal ganz im Ernst. Und sie gehen durch ein, sie kommen durch, Markus, sie kommen durch ein Gate. Und... Was? Microsoft, Bill Gates, sie kommen durch ein Gate und dann sind da die Windows mit dem und kommen auf den XP-Screensaver. Das ist die, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie so komischen Theory-Content auf YouTube machen würde, das wäre jetzt so, Chiros Reise ist eigentlich 5G-Propaganda. Finde ich gut. Ja, so kommt's raus. Ich glaube, das ist eine Nische, die du mit ihnen rauskommst. Ja, um es nochmal ein bisschen genauer zusammenzufassen, es geht eben darum, dass Chihiro mit ihren Eltern in eine neue Stadt zieht und bei der Ankunft fahren sie halt irgendwie so einen seltsamen Weg lang und finden dann so ein, gehen eben durch so ein, ja, so ein Tor, so ein Tunnel und kommen dann in so einen alten, verlassenen Vergnügungspark, wo es dann aber so an einer Stelle aus irgendeinem Grund halt richtig viel, richtig geiles Essen gibt und die Eltern sind so, ja, wir essen jetzt hier und wir haben ja genug Geld, wenn irgendjemand kommt, dann bezahlen wir halt und Chihiro findet das alles schon sehr unheimlich, aber ihre Eltern, ja, they don't give a fuck. Die haben halt Hunger, meine Güte. Ja, aber ich finde übrigens, um direkt am Anfang das mal zu bleiben, ich finde das auch so geil, wie sie mit den Eltern da langfährt und der Vater ist so, ja, wir sind jetzt hier falsch abgebuchtet, so der sieht das ja auch, dass sie auf diesem Abhang sitzen und er guckt dann hoch und sieht, ah, fuck, da oben ist unser Haus, ich hätte irgendwie nochmal anders fahren müssen, anstatt zurückzusetzen und hochzufahren ist er so, nein, ein Mann fährt nicht zurück, ein Mann macht keine Fehler, er schafft sich einen weiteren Weg, da kann ich auch in den Wald fahren, da gibt's bestimmt garantiert einen Weg hoch und dann brettert der irgendwie über diesen Feldweg da drüber, als gäbe es keinen Morgen mehr, sowieso, ich erwarte, dass dabei irgendwie die ganze Zeit Déjà-vu anfängt zu spielen und fährt dann einfach weiter, komm an diesem Ding an, oh, was ist das denn? Ja, das sieht geil aus, ja, da gehen wir jetzt durch, das Kind schreit schon, hat schon Angst und er so, nein, wir gehen da jetzt durch, keine Sorge, aber vor allem das Beste, weil ich sag auch noch so, guck mir diesen Vater an und er so, das ist ein Kopf, das ist ein Bulle, hundertprozentig, mit dem Haarschnitt, den der hat, der sieht halt echt aus wie so ein, und dann, in dem Moment hatte ich aber schon komplett vergessen, was mit dem nachher passiert, gehen an diesen Esstisch, verwandeln sich in Schweine, hab ich gesagt, ist ein Bulle. Wow. Ja, genau, sie verwandelt sich in Schweine, nachdem dann es irgendwie so Nachtdämmerung ist und dann wird eben diese magische Welt so zum Leben erwacht und, ja, Shihiro trifft dann auf Haku, der ihr freundlich gesinnt ist und sie in, ja, so ein bisschen eben in Sicherheit bringt und ihr schon sagt, so, hey, das und das musst du machen und dann kommt sie ja letztlich in ein Badehaus, wo sie dann, ja, arbeiten muss für die Hexe Yubaba, die sich ihren Namen nimmt und so macht sie sich alle Leute zu ihren Untertanen, indem sie ihnen ihren Namen beraubt. Erzählst nicht so spannend. Ich wüsste es gerade nochmal so zusammen. So als wärst du bei einer Grabrede, erzählst du das gerade. Du hast vor allem vergessen, dass sie, bevor sie zu Yubaba reinkommt, noch auf Dr. Eggman trifft unten. Ja, auf Dr. Eggman, ja. Dr. Spider-Eggman. Wann kriegen wir die Realverfilmung, damit ihr von Jim Carrey gespielt werden kann? Oh no. Aber das ist, ich finde das, ich finde das so geil von der, von dieser Erzählstruktur, wie sie da logisch durchgereicht wird, so quasi. Das ist ja, okay, Haku ist so, komm hier rüber, ich bring dich über diese Brücke und jetzt haust du da unten hin ab und triffst auf ihn und sie kriegt so direkt die verschiedenen Facetten von diesem Bad. Also die wird von Anfang an sofort gezeigt, wie dieses Badehaus funktioniert und dann geht das so die, die Stufen so ein bisschen hoch und auch wenn sie später da, ähm, da drin arbeitet. Also ich fand das, du hast wirklich das Gefühl, als wenn du diesen Ort kenn, also als wenn du, wenn du jetzt in dieses Badehaus reinkommen würdest. Du hast so ein bisschen das Gefühl, ich wüsste direkt, wo ich lang gehen müsste. Ich wüsste, ah okay, da hinten, da geht's irgendwie zu dem Aufzug hoch, da kann ich dann weiterfahren, hier sind die ganzen Dinge und ich komm da irgendwie auch noch unten, ähm, zu, zu, ähm, Spider-Eggman mit rein. Also das ist wirklich so, du kriegst so ein richtiges Sense of Place für das, für dieses ganze Badehaus mit dabei. Und wow, was wieder für ein fucking Geflexe die ganze Zeit. Ich weiß nicht mal, ob ihr in einem Badehaus wart, die sehen nicht so geil aus. Wobei man auch sagen muss, der ganze Film ist ein einziger Flex, eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Boah, das, das sowieso, jeder einzelne, weißt du, der Film fängt an und das ist so, die könnte jedes fucking Objekt in der Hand haben, aber nein, diesen Blumenstrauß mit den 5000 einzelanimierten Blüten, die da irgendwie dran sind, während sie sich bewegt. So, oh, Miyazaki, du krankes Schwein. Das ist so. Und ich muss auch sagen, wir haben ja bisher das immer gerne ein bisschen vernachlässigt, aber in diesem Film ist mir zum ersten Mal richtig bewusst die Musik aufgefallen, weil wenn die Eltern anfangen zu essen, das wäre ja eigentlich nicht schlecht, dass denkst du so, ja, okay, ist ein bisschen unhöflich, dass sie einfach anfangen zu essen, ohne dass der Ladenbesitzer da ist. Aber die Musik suggeriert einfach sofort so, oh nein, oh nein, das ist nicht gut, das ist gerade Völlerei in Extrem, irgendwas Böses wird passieren. Und da habe ich so gemerkt, so, Alter, einfach alles spielt zusammen. Gott, der Film macht mich mit. Es ist so dieses Gefühl, ich werde in meinem ganzen Leben nicht mal anernstweise so etwas Gutes erschaffen. Ach, Mann. Ja, ich finde das auch so gut wie diese ganzen Viecher und halt Figuren in diesem Badehaus, wie die alle so zusammen mitgewürfelt sind und wie die alle aussehen. Alter. Und wahrscheinlich auch sehr bedient bei halt irgendwelchen Geistern im Japanischen und so, vermute ich einfach mal. Aber es ist eine sehr fantastische Welt, in die man da reingeführt wird. Der weiße Fettie. Der weiße Fettie aus dem Aufzug. Ich weiß nicht, ob der total eklig aussieht, aber irgendwie mag ich ihn auch. Weil es gibt, man sieht ihn irgendwie noch so einmal in der Szene, wo die sich halt freuen, dass sie dem einem Flussgott geholfen hat. Und dann ist er auch da und feuert sie an. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob ich dieses Design hasse oder liebe, weil irgendwie ist er auch richtig eklig. Er hat Brustwarzen bekommen. Musste man ihm wirklich Brustwarzen geben? Er weiß nicht, er sieht einfach aus wie ich. Nur, dass ich nicht so eine Knolle im Gesicht habe. Es ist, als würde ich in einen Spiegel gucken. Oh nein. Ich habe mich auch gefragt, warum man mir Brustwarzen geben musste. Also das unterschreibe ich, Katha. Das ist voll sinnlos. Von den Machern von Hoden an Waschbären. Genau. Das stand so auf der Box von Chiro. So wurde das beworben. Ich finde halt auch so gut wie einfach alles creepy in diesem Film ist. Auch wenn sie dann, wie heißt sie, Yobaba? Ja. Ja. Als sie dann zu ihr kommt und dieser Türknauf sie erst noch so anschreit. Und dann sind da diese Köpfe, die rumspringen und grimmig gucken. Und es ist alles so creepy. Und Yobaba sowieso, die hat auch die größte Big Dick Energy. Man sagt ja, wie die Nase eines Mannes, so sein Johannes. Guckt euch mal Yobaba an. Also die hat Ultimate Big Dick Energy. Oh ja. Und ein Dumpling auf dem Kopf. Aber ja, es ist also diese ganzen Bilder in so einer Frequenz, wie die einem da vor die Nase geworfen werden. Ach ja. Ja, es ist echt krass einfach nur die ganze, selbst so einfache Szenen, wenn sie auch in ihr Zimmer das erste Mal reinkommt. Und du könntest, so ein normaler Film hätte jetzt gesagt, ja okay, sie geht da jetzt irgendwie rein. Oder du machst einen Cut und ist in dem Zimmer drin. Nein, sie wird so über mehrere Türen, die auf und zu gehen, da so reingezogen mit dem Spell irgendwie. Ähm, und dann muss sie noch irgendwie ausflippen und alle Objekte im Raum fliegen hoch. Äh, später auch, wenn Haku verfolgt wird, ist es so, ja, wird von so zwei, drei Papierfliegern verfolgt. Nein, wie wär's mit 6000 oder so, die gleichzeitig animiert werden müssen. Ja, das ist so, wir haben ja so in Mononoke gesagt, endlich werden sie mit Hilfe von Computertechnik entlastet. Nee, Miyazaki sagt, gut, die Computer nehmen uns Arbeit ab, er könnte ja noch mehr zeichnen. Ja, das ist ja, ich hatte das, das, das eine auch irgendwo, ähm, hatte das letztens jemand bei Twitter, glaube ich, gepostet. Da sind auch so viele Sachen, die einem auch gar nicht auffallen, dass es wirklich Computer, ähm, generiert ist. Zum Beispiel war das irgendwie, Miyazaki mochte nicht, wie man mit normaler Animation schon direkt sehen konnte, dass sich irgendwie so eine Schüssel neben den Eltern am Anfang demnächst bewegen und dann runterfallen wird. Ähm, und deswegen hat er das 3D, als 3D-Objekt animieren lassen, ähm, und da haben die nochmal so Matte-Painting drüber gemacht, dass es aussah wie der Hintergrund und du dann nicht, nicht so wissen konntest, dass es sich von jetzt auf gleich auf einmal anfängt zu bewegen oder beziehungsweise so hervorstach aus dem Hintergrund raus, sondern so mehr aussah wie der Hintergrund und dann ist es irgendwie, weißt du, an so einen Scheiß, wo du normalerweise gar nicht denken würdest irgendwie. Und ich glaube, da gibt's auch, wenn, wenn man jetzt, mich jetzt fragt, hey, sag mal, geh den Film durch und jetzt sag mir mal alles, was davon handanimiert ist und was alles davon irgendwie CGI ist oder so am Computer generiert, ey, ich könnte ja wahrscheinlich 90% der Zeit läge ich falsch und würde das irgendwie voneinander verwechseln oder so. Ähm, also mir ist das null aufgefallen, äh, bei dem Film. Und das ist ja aus einer Zeit, wo, also wir sprechen hier von Anfang der 2000er, beziehungsweise während der in der Produktion war, noch Ende der 2000er, Millenniumswechsel. Guck dir mal irgendwelche 3D-Animationen an. Guck dir an, wie 3D-Anime heute immer noch aussehen. Ähm, und hier hat Studio Ghibli damals, ist schon wirklich die, auch bei Mononoke ja bereits, aber so eine perfekte Mischform aus, aus beidem irgendwie erschaffen. Also das ist Wahnsinn und die ganzen Hintergründe in dem Film ja sowieso, also, ja, keine Ahnung. Ich finde auch, es hat, es hat vom Stil immer noch was, was, selbst wenn ich, selbst wenn ich aus diesen ganzen, ähm, hier Your Name und so den ganzen Kram, die Hintergründe alles ganz geil finde, ich finde immer noch, wenn ich so bei den Miyazaki-Filmen, also gerade bei Spirited Away, dann irgendwie auch so das Badehaus und alles betrachte und wie es da innen drin aussieht und das Ganze, weil das das Art-Design davon bringt nochmal so viel mehr hinzu, ähm, als, oh, ich hab ein Foto von Tokio gemacht und hab das irgendwie digital nachgezeichnet. Ja, sieht auch geil aus, aber das ist nochmal, also finde ich persönlich, ist es auf einem ganz anderen Level, wenn du so eine hundertfach krass detaillierte, ähm, Fantasiewelt irgendwie zauberst mit, wir sind im Badehaus und keine zwei Zentimeter dürfen irgendwie unterschiedliche Farben haben oder so, alles muss möglichst dicht bemalt und designed sein, das ist, das ist krank und wie viel Scheiße sich im Hintergrund bewegt, wenn du dir mal überlegst, wie viel Arbeit das gewesen sein muss, hey, es ist irgendwie Radau, wir müssen Arbeiter zeigen, ja, ihr sind, das ganze Badehaus ist immer da, es sind immer alle Leute da bei In-Event, die haben alle unterschiedliche Gesichter, die sind alle gut animiert, niemand ist im Hintergrund, geht irgendwie unter und sieht aus wie so ein gefürztes Strichmännchen, das ist der absolute Wahnsinn, was sie da abliefern. Ja, es ist echt krass, wie du da teilweise irgendwie noch so sechs, sieben Leute im Hintergrund hast und die halt alle einfach normal animiert sind, das ist so krass. Ja, es ist komplett übertrieben, auf jeden Fall. Ein einziger Flex, hab ich doch gesagt. Ja, es ist wirklich ein einziger Flex, ja. Ey, aber um vielleicht der Versuch, dass wir ein bisschen da irgendwie so durchkommen, um den Anfang quasi abzuschließen, ich finde auch Chihiro als Protagonistin, die ist einfach so richtig gut genailt, wie ein Kind sich sehr wahrscheinlich verhalten würde, wenn es in diese Welt reingeworfen wird. Es ist nicht wie ein Totoro, oh toll, ein riesiger Hase mit menschlichen Zähnen, sondern sie wird halt so von Anfang an durchgereicht. Ich meine, das fängt ja mit ihren Eltern irgendwie an, und die schleppen sie ja einfach mit und sie kann nichts sagen. Das geht dann einfach, ich glaube, die Hälfte des Films fast so weiter, dass sie eigentlich nur von einer Sache ins nächste stolpert und sie hat da dann so einen richtig guten Faden durch, wie sie halt lernt, damit umzugehen und nicht mehr so unbeholfen und ängstlich zu reagieren. Also meine Kritik aus Mononoke ist quasi hier komplett umgedreht, das ist das Gegenteil, das ist einer der glaubwürdigsten Charaktere, die ich bisher in den Ghibli-Filmen gesehen habe, ehrlich gesagt. Ja, auf jeden Fall. Sie verhält sich wirklich wie ein Mädchen ihres Alters und das in so einer verrückten Umgebung. Und ich meine, ich finde tatsächlich, ich weiß nicht genau, also ich weiß nicht so, ob ich jetzt wirklich davon reden kann, dass es eine richtig krasse Charakterentwicklung bei ihr gibt, aber ich finde es halt auf jeden Fall immer interessant zu sehen, wie sie sich halt in den Situationen verhält. Ich meine, ich glaube, ich würde nicht von der Entwicklung reden, weil sie ja eigentlich alles so von Anfang an ganz gut annimmt und halt immer irgendwie macht, was von ihr verlangt wird und da auch jetzt irgendwie nicht wehleidig ist oder irgendwie sowas. Naja, also man merkt, so die ersten 20, 30 Minuten vom Film merkt man schon, sie schlottert die ganze Zeit und sie ist wesentlich passiver und am Ende vom Film geht sie einfach zu diesem riesigen, fetten Ohrgesicht hin und sagt so, äh, ja, nein, ich will das alles nicht, ich muss wohin gehen. War's das? Ich muss wohin. Und geht auch einfach. Ja, das stimmt. Sie will auch immer ein bisschen zügiger. Ja, das ist schon. So, alle Leute sind auf ihrer Seite und sagen, hey, du brauchst dich auf Yubabas Scheiße gar nicht einlassen und ist dann so, nee, nee, ich mach den Test trotzdem. Ja. Also, ich rock das Ding jetzt einfach weg. Ich möchte an dieser Stelle auch noch mal betonen, was für ein fucking Nightmare-Fuel Yubaba ist. Also, alter, dieses Gesicht und diese Augen, die irgendwie, als sie dann diesen Vertrag unterschreibt, Chihiro, ja, einfach die Augen, wenn sie die so aufreißt, sind einfach so groß wie Chihiros Kopf. So, sie ist so gruselig. Die ist mir halt auch einfach als Bild so in Erinnerung geblieben noch von damals. Ich fand dieses gigantische Kind immer gruseliger. Aber es sieht auch noch an, dass ich Kinder allgemein gruseliger finde. Ey, das Kind ist auch gruselig, aber ich find in dem Film gibt's keine Versenken. Aber das verwandelt sich ja zumindest oder wird ja nachher in diese Maus verwandelt. Weil ich liebe das auch, wie dann diese Yubaba-Krähe in so einen kleinen Minivogel verwandelt wird, der sich dann in dem ersten Moment gar nicht oben halten kann und einfach so abstürzt. So, blub, blub, blub. Und dann die ganze Zeit versucht, die Maus zu tragen. Boah, die Szene, wo sie ihr eigenes Kind nicht wieder erkennt und die Ratte so richtig enttäuscht ist. Und der Vogel, der aus Gesichtsausdruck von diesem Vögelchen, als sie ihren Sohn nicht erkennt. Und dann so, ah, shit, okay, never mind. Dann wieder die Maus auf ihrer Schulter absetzt. Ah. Ich mein, an sich ist es ja nur fair, weil er hat ja auch nicht seine Mutter erkannt. Ja, das zeigt die tolle Beziehung, die die beiden haben. Das ist, aber jetzt bin ich mal gespannt, weil, Markus, du hattest ja am Anfang gesagt, also, du meintest ja, der Film hätte noch etwas über Länge. Ja, was sind denn bei dir so, dann gibt es so die Szene, wo du sagst, boah, das ist jetzt der Teil vom Film, der hätte irgendwie rausgestrichen werden können. Oder sind das so mehrere Aspekte, wo du sagst, boah, nee, das hätte jetzt, also wenn das jetzt weg gewesen wäre oder ein bisschen kürzer gefasst, das hätte dem Film echt geholfen. Ich hatte das Gefühl, bevor sie dann aufbricht, so diese Phase war dann, also ich muss, glaube ich, dazu sagen, ich glaube, ich störe mich halt auch so ein bisschen am Ende. Also, ich mochte nicht, wie der Konflikt dann so aufgelöst wird. Also, dass sie dann quasi zu der Schwester geht und dann war's das. Und sie kommt so bei dieser Schwester an, so alle Jude, und ja, jetzt kann ich zurück, okay. Ja, okay, dann muss ich noch meine Eltern zwischen den Schweinen wiedererkennen und dann können wir gehen. Das fand ich ein bisschen unbefriedigend aufgelöst. Und ich fand so die Phase davor, ich kann es auch gerade nicht so genau benennen. Ich glaube, es lag ein bisschen auch daran, dass ich dieses Ende nicht so mochte, dass ich das Gefühl hatte, dass es sich gezogen hat. Aber ich glaube, eigentlich ist es gar nicht so lang. Aber ich weiß nicht, eigentlich hat jede Szene so was für sich. Also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie so diese Szenen im Badehaus irgendwie kürzen würde, weil die erfüllen schon alle ihren Zweck. Aber ja, ich glaube, es ist so diese Kombination, dass ich dieses Ende nicht so gerne mag und bis das halt stattfindet, dass es da so ein bisschen dauert. Du hättest am liebsten, dass die Eltern gestorben wären. Genau. Nee, ich fand, ja, ich fand halt dieses so, dass sie dann zu der Schwester geht und dass das alles dann so schnell einfach so gut ist. Es ist so von 180 so auf Null gegangen, fand ich. Irgendwie, weil davor so diese Szene war, wie eben hier der Ding von diesen Papierfliegern da so aufgeschlitzt wird und alles ist voll dramatisch. Und dann ist es irgendwie so schnell wieder gut. So das mit dem ... Ich meine, das Umgesicht hat genug Platz im Film bekommen. Und wie gruselig das eben dann auch ist und so. Aber ich fand, das Ende war so ein bisschen zu schnell deeskaliert. Es ist ja von der Spannung her dieses Auf und Ab, dass du dann ... Du ja vorher diese Eskalation im Badehaus hattest. Dann wurde das ja irgendwie aufgelöst, kam so ein bisschen runter. Und dann kommt diese ganze Haku-Szene, dass sie dann hochgeht. Da werden sie dann vor diese Konfrontation gestellt, fallen dann gemeinsam runter. Und dann, nachdem es ja diese Flucht ... Ich weiß nicht, wurde die Flucht für dich dann zu schnell irgendwie aufgelöst oder so, dass sie dann da ... Okay, jetzt kommen wir halt hier irgendwie raus und passt jetzt. Und jetzt sind wir erst mal ... Jetzt können wir gemütlich im Zug fahren. Keiner will uns mehr was. Und dieses Gesicht ist auch irgendwie so chillig mit dabei. Aber zum Glück haben wir noch einen Zugblick im LK gehabt. Das würde ich aufnehmen können. Ja, das meine ich irgendwie. Und ich glaube, dadurch, dass ich es nicht so mochte, hatte ich dann irgendwie das Bedürfnis, dass der Film endet. Das verstehe ich aber auch. Ich finde tatsächlich auch so, gegen Ende baut der Film ein klein bisschen ab. Ich weiß auch nicht. Für mich ist das Ende auch nicht so mega befriedigend. Aber es stört mich auch nicht wirklich. Ich finde, es ist davor halt in einem Film alles so ultraorganisch, dass sie eben, dass sich alles so ergibt. Und das Ende, finde ich, wirkt so ein bisschen halt ... Es wirkt geschrieben für mich. Echt? So ein Wrap-Up, dass man den jetzt braucht. Ich weiß nicht, dass man da hinkommt. Also für mich hat sich das eigentlich ganz natürlich angefühlt. Und das war auch wirklich mal ein Ende, was nicht so abrupt irgendwie jetzt auch kommt und passieren musste. Weil so bei vielen anderen Ghibli-Filmen hatte ich das Gefühl, die müssten jetzt enden. Und du wusstest auch nicht, worauf sie hinarbeiten. Und bei Ghibli war es ja so, okay, sie muss aus diesem ... Sie will ihre Eltern wieder zurückhaben und aus dem Contract irgendwie dann rauskommen eben auch. Also das ist ja dir von Anfang an bekannt. Und das führt dann eben auch dazu. Ich meine, ich kann nachvollziehen, wie du das dann in dem Aspekt finden kannst, dass es dann da ... Ich weiß nicht, ob es dann besser gewesen wäre, wenn die Sachen dann innerhalb des einen Ortes geblieben wären. Aber für mich war das schon ganz gut. Gerade das auch so zu diesem Charakter ... Ich will nicht sagen, ist ja keine Entwicklung, aber schon so ein bisschen, dass dann auch dieses Entitled Baby dann irgendwie mitkommt. Und du merkst auch immer so, wie die dann auf die ganzen Situationen reagieren und sie dann auch zu Yubabas Schwester eben rübergehen. Und dass er ja auch nachher hilft dabei, nochmal auch zu sagen, hey, hier, du hast überhaupt keine Ahnung. Ich stelle mich auf jeden Fall an ihre Seite und so. Also das hat schon alles zu einem logischen Ende hin. Ich kann auf jeden Fall verstehen, was du meinst, aber für mich hat sich das überhaupt nicht negativ irgendwie ausgewirkt auf den ganzen Filmen. Also ich will auch nur noch mal die Gewichtung davon einordnen. Das ist jetzt auch kein riesiger Kritikpunkt. Das hatte mich nur so ein bisschen gestört, aber ist trotzdem ... Also ich finde, im Vergleich zu den meisten anderen Geblis hat er trotzdem nicht solche Längen oder so. Ich kann es aber nachvollziehen, was du meinst. Ja, genau. Same hier. Vor allem, ich will ein bisschen einknüpfen, dass du gesagt hast, dass du jetzt auch nicht findest, dass man irgendwas rausschneiden könnte, weil was mir extrem aufgefallen ist, jetzt beim Gucken ist, was für Setups überall durch und durch sind. Das Ohrgesicht ist ganz am Anfang, siehst du es direkt, und es wird quasi immer, bevor das nächste passiert, schon vorbereitet, dass es passiert. Also dass das so richtig schön ineinander organisch fließt. Aber tatsächlich, mein einziger Kritikpunkt am Film liegt auch am Ende, und das ist, dass Yubabas Schwester exakt aussieht wie sie. Nicht eine andere Kleidfarbe. Also, es ist einfach exakt sie. Und es ist das Einzige, was ich bis zum Ende nicht verstanden habe. Ich meine, ja, sie sind Zwinge, aber sie sind sich ja auch von der Persönlichkeit nicht wirklich ähnlich. Sie haben zwar beide so eine verschrobene Art, aber die eine ist ja wesentlich netzer, ist vielleicht ein falscher Ausdruck, aber auf jeden Fall nicht so kein Kapitalist, I guess. Ich glaube, darauf kommt es runter. Das ist so das Einzige, aber das ist so minimal. Ich finde, der Rest vom Film ist es ... Ah. Aber ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen. Ich finde es halt auch minimal nur, aber ja, ich verstehe es auch vollkommen. Ich finde, der Film hat sich so ein bisschen, mehr als die anderen, so ein bisschen Disney-esk angefühlt. fand ich so vom Grundaufbau her irgendwie und wie dann so die Handlung verläuft. Hatte ich irgendwie mehr so das Gefühl, dass er ja so konzipiert wurde wie die anderen Ghibli-Filme. Ich meine, also es gab ja ... Wurde Miyazaki nicht auch die ganze Zeit immer Japanese Disney genannt? Ja. So Japanese Walt Disney oder so. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen. Ich nehme das über vor allen Dingen die neuesten Disney-Animationsfilme, so every day, so ja. Es ist halt irgendwie ... Es ist thematisch so eng im Gegensatz zu Disney-Filmen. Ich meine, man kann das als Coming-of-Age-Story lesen, die beliebteste Thematik von Miyazaki. Nicht Flugzeuge. Es sind keine Flugzeuge drin. Das fällt mir grad auf. Nee, Natur ... Du hattest noch die Papierflieger, die mussten rein. Stimmt, das könnte man als ... Da hätte man auch einen anderen Gegner oder so haben können, das mussten Papierflieger sein. Stimmt. Nee, aber hier Umweltschutz mit dem alten Flussgott war auch wieder drin. Da ist so viel. Ja, es ist schon viel. Es ist schon ein netter Film, aber es ist jetzt kein Cars 3 oder so. Also da kommt es halt nicht drin. Da du grad den Flussgott erwähnt hast, also, ich meinte ja, bei Mononoke haben sie angefangen, wirklich massiv mal diesen Ekelfaktor einzubauen und ich find, der ist auch ja richtig gut rübergekommen. Ja, ich find das so befriedigend. Ich find das so befriedigend, wenn sie da an diesem Fahrrad so dranziehen. Wie ist das das ganze Ausdrück-Video, ne? Ja, ohne Scheiß, genau sowas. Genau sowas. Das ist so dieses befriedigende ... So, ich will nicht hingucken, aber doch, jetzt mach endlich ... Nee, doch, voll hingucken. Doch, ohne Scheiß. Ich kann mir das problemlos immer weiter angucken. Das ist genauso ... Das sind so auch wie so andere Ärzte-Videos. So irgendwas, wo ich dann so ... Keine Ahnung, das muss ich dann ... Oh, guck mal, voll eklig, guck ich mir jetzt an. So, wenn Sachen irgendwie gereinigt wären. Keine Ahnung, andere Leute gucken Putz-Videos. So, oh, das Zimmer, das war aber vorher dreckig. Jetzt sieht's sauber aus. Und bei mir ist es, boah, guck dir mal dieses verpickelte Narbengesicht an. Jetzt sieht's nicht mehr so kacke aus, aber nur noch halb vernarbt irgendwie. Oder von so Chiropraktikern die Videos. Das ist dann so, die Leute knack die ganze Zeit. Wir sind vom Thema abgekommen, oder? Ich fand die Szene mit diesem Flussgeist sehr ... Finde ich immer sehr befriedigend. Auf jeden Fall. Ich meine, zum Glück kann man ja den Film nicht riechen in dem Moment. Ich glaube, das würde das wesentlich schlimmer machen, wenn du die ganze Zeit so einen Scheißegeruch bei der Szene hättest. Dann würde ich auch nicht sagen, oh, mh. Ja, nee, aber ich finde es auch großartig, dieses ganze Bild, wie er durch das Alter ankommt. Und alle reagieren ja so richtig angeekelt von ihm und laufen weg. Und es dauert ja eine ganze Weile, bis er dann im Bad ist, überhaupt. Es dauert ja schon eine ganze Weile. Es gibt bestimmt irgendwie eine Minute oder zwei so. Und das macht halt den Pay-Off dann umso irgendwie ... Ja, umso befriedigender. Und ihre Gesichter. Also, Tiros Gesichtsausdrücke in all diesen Szenen. Vor allem auch, wenn sie da so kleiner im Hintergrund oder so was ist. Das sind alles Top-Tier-Ausdrücke, die ich als Twitter-Profil nehmen würde. Oh, Mann. Ja, aber, ja. Ich hab grad durch die Screen-Caps noch mal durchgeschaut. Und da ist diese Szene, als sie dann aufbricht und von der Schwester von Yobaba so umarmt wird. Und ihre Nase verdeckt einfach den Kopf von Shihiro. Das ist so gut. Ich weiß, ich bin da bei dieser, keine Ahnung, so ... Ich bin da so kurz immer davor. Ich weiß, es ist garantiert nicht so gemeint. Aber wenn das jetzt kein japanischer Film wäre, sondern amerikanischer Film, wäre ich die ganze Zeit so ... Ist das hier unterschwelliger Rassismus die ganze Zeit? Die Person, die eine riesige Nase hat, zählt das Geld permanent. So, ich hab mich manchmal ein bisschen unwohl gefühlt dabei bei dem Design. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist, weil das eher so die Hexe ist, die die große Nase haben soll. Aber ich kann mich von diesem Stereotrim nicht mehr trennen. Ich weiß auch nicht. Ich hab da immer so unterschwellig direkt so ... Ja, es ist halt auch ... Es ist schon recht nah an den Karikaturen halt auch. Vielleicht hat er deswegen dann die Zwillingsschwester gekopipastet, damit auch die andere Person mit der großen Nase nicht das Geld zählt. Deswegen nicht ... Also in dem Fall, ich glaube, dass es da wirklich aus der ... Dass es eine Hexe ist und deswegen das ist das Stereotyp davon. Aber keine Ahnung. Wenn du da so einmal drauf aufmerksam gemacht worden bist, wie oft das so als böses Stereotyp, rassistisch irgendwie eingesetzt wird, dann kannst du es irgendwie nicht mehr so zu 100% trennen. Ich musste die ganze Zeit daran denken und ich war so ... Boah, stellt euch vor, die Zwillingsschwester sieht einfach genau gleich aus, aber hat dann einfach eine normale Nase. Okay, das wäre dann ... Ich glaube, das wäre auf eine ganz eigene Art gruselig. Ja. Ja, und dann kommt im Film noch so, ja, die ist adoptiert worden. Meine Halbschwester, die hat einen anderen Glauben als ich auch. Okay. Dann wäre es so, Miyazaki, we need to talk. Ich muss auch sagen, jetzt wo ich nochmal durch die Screencaps so durch bin, ist ... ich weiß nicht, ob ... Also ich glaube, ich habe das Ende einfach wirklich nur als lang empfunden, weil ich es nicht so mochte. Ich finde eigentlich, der Film hat keinen Längen. To be honest. Ich glaube, das muss ich nochmal entkräften. Bis auf die Nase. Ja, genau. Bis auf die Nase. Und die Arme von Spider-Eggman. Boah, die sind geil. Hat jemand von euch Little Nightmares gespielt? Nee. Oh, fuck, da gibt es auch so ein Vieh, was so kleinen Gremlin-artig ist und dann so lange Arme hat und die sich auch so schier unendlich lang strecken können. Weil das finde ich da auch so krass, dass er ... Der hat ja anscheinend einen Anzug an und dann kann er aber trotzdem seine Arme so einen halben Kilometer weit rausstrecken, um an irgendwelche Objekte dran zu kommen. Vor allem, hat der überhaupt einen Unterkörper? Oder ist das nur so ein Blob, der ... Du siehst ja auch, wenn er geweckt wird nachher, dass er auch in dem ... Da, wo er arbeitet, auch ganz ungesund. Also Work-Life-Balance von dem. Schwierig. Ja, auch diese Zugtickets, die er seit 40 Jahren aufbewahrt hat. Ich war so, hast du seitdem diesen Raum nicht verlassen? Das war auch so. Ja, ich glaube, scheinbar nicht. Die Work-Life-Balance von dem ganzen Badehaus sah jetzt nicht so toll aus. Oh Mann, ey. Das wurde eigentlich erklärt. Ich weiß gar nicht, ob das ... Gab's dafür eine Erklärung, warum der eine sich in einen Drachen verwandeln kann? Oder warum der einer ist? Du meinst Haku? Ja. Weil der ein Flussgott ist. Ah, okay. Deswegen ... Mir war nie klar, dass der Flussgott, der vorher vorkommt, ein Setup dafür ist, dass so Flussgötter aussehen. Und, oh, das kommt ja gar nicht aus dem Nichts. Das ist irgendwie so ganz indirekt eingeleitet worden. Ah, okay. Okay, okay. Ja, aber das Einzige ist nur dieses Setup, was so ein bisschen ... Weil er sagt ja so, oh, wir kennen uns irgendwie. Und dann, oh, ich bin damals der Flussgott, der das und das. Aber dieses Setup, wie die sich ja irgendwie dann kennengelernt, gab's doch dann irgendwie nicht, oder? Nee, das haben wir nie gesehen. Also, da wurde das von ihr an irgendeiner Stelle mal in einem Nebensatz oder von ihren Eltern irgendwie erwähnt, dass da irgendwas war. Das kam irgendwie so aus dem ... Also, es wurde ... Der hat ja so gesagt, wir kennen uns ja irgendwie schon, oder ich kenne dich zumindest von irgendwoher früher. Aber das war kein Setup, finde ich, was es dafür wirklich gab. Ja, ich finde, das lockt eher so auf eine falsche Fährte, glaube ich. Ja, es gibt ... Oder? Ich glaube, das Einzige, was es halt gibt, ist, dass sie den Drachen sieht und sofort weiß, dass es Haku ist, wo sie sich selber wundert, dass sie es weiß. Aber da muss man auch irgendwie so 3D-Brain-Logic machen, um dann da die Punkte zu verbinden. Ah, meine Lieblings-Brain-Logic. Ja. Gut. Ich meine, wir haben jetzt hier schon sehr viel rumgeschwärmt. Ja, das ist ... Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall noch darüber reden, dass der Soundtrack fantastisch ist. Ja, Mann. Gott. Das tun wir oft genug nicht. Aber ich weiß auch gar nicht, was ich groß darüber sagen soll, außer, dass der fantastisch ist. Das ist ein toller Soundtrack. Deswegen machen wir das nämlich meistens auch nicht, weil wir nicht die Kompetenz dafür besitzen, gut über Musik reden zu können. Also, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich gar keine Kompetenz in die Richtung habe, aber dafür muss man halt eine einzelne Szene nehmen. Ich habe schon gesagt, so am Anfang wird das einmal sehr gut eingesetzt. Das ist halt so das Problem. Ich könnte über den ganzen Film dreieinhalb Stunden lang reden und hätte vermutlich nicht alles gesagt. Also, der Soundtrack ist gut. Punkt. Ja. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Er ist gut. Wie alles am Film. Alles. Würde ich an dieser Stelle anmerken. Ein fucking Flex. Ja. Gut, gibt es noch irgendwelche Szenen, über die ihr reden wollt oder so? Alle. Aber ich kann nicht. Alle, ja. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Also, Film öffnet und beginnt. Wir gehen jetzt nochmal Szene für Szene durch, ja. Ich finde das aber auch so, weil ich dachte beim ersten Mal, als ich den Film geguckt habe, die kommen jetzt raus und in der unserer Welt, da vergeht nur ein Tag irgendwie und dann sechs Jahre können bei uns vergehen und das ist in der Menschenwelt aber nur eine Sekunde und dann kommt die halt raus und das ganze Auto ist so zu gemüllt mit den Blättern. Und dann, oh hier ist schon Staub. Ja. Sagt die Mutter nicht sogar irgendwie so, hat uns da jemand einen Streich gespielt oder sowas? Ich stelle mir so vor, die Eltern kommen nach Hause, sind beide gefeuert, weil sie sich seit einer Woche nicht gemeldet haben am Job. So, die Umzugsleute haben die Sachen einfach da liegen gelassen, konnten nicht, haben nicht abgeschlossen, alles wurde ausgeraubt. Ihre komplette Existenz ist am Boden. Aber ich habe den Flussgott wieder getroffen. Die Enten, das ist so. Die Enten, das war es. Also ihre Eltern erinnern sich, kriegen so Albträume davon, dass sie Schweine waren irgendwie mal, leiden sie unterbewusst an PTSD, bis sie sich dann irgendwie beide umbringen oder so in so einem Double Suicide. Wow. Das ist, das ist der Nachfolger, den Miyazaki nicht machen durfte. Wow. Wird dann in Königreich der Katzen aufgegriffen. Das ist so, äh, keine Ahnung, Shihiros Reise ins Mental Hospital oder so, keine Ahnung. Ja, Alter. Das ist so die. Okay, sollen wir zur Wertung kommen? Ranking, ranking. Ich mache es kurz, mein Platz 1. 10, 1. Björn. Oh, er weiß, was das Schlimme ist, dass ihr das jetzt alle auf die 1 macht, dass ich jetzt manuell alle anderen Zahlen bei jedem 1 draufgeben muss. Können wir nicht lieber alle die 13 wählen? Okay, ich gebe es zu, er kommt bei mir auf die 13. Okay, also Martin 1, Kata 1. Ja, ja. Markus. Ah. Mama, du zuerst. Also, so, meine erste Frage ist wieder, ist er besser oder schlechter als Kiki's Lieferung? Okay, komm. Ja, damit ist er schon mal auf. Also, wenn du sagst, er ist schlechter als Kiki, dann verstehe ich dich nicht mehr. Nee, dann, das ist, ja, dann, also, dann gehöre ich aber in das Hospital. Ähm, nee, der ist bei mir auch, äh, auch auf der 1. Also, da sind wir uns mal, da sind wir uns mal einig. Ah, seid ihr euch das? So, Markus, um jeden Preis bleibt Kiki auf der 1, wa? Also, ich glaube, ich weiß nicht, welche, ich weiß gar nicht, welche, sagst du, wenn du jetzt 13 nehmen würdest. Doch, mit 13 könntest du es noch schaffen. Was muss Markus mindestens nehmen, um den Titel Gesamtranking nicht auf Platz 1 zu kriegen? Okay. Wow. Also, also, wenn du ihn auf die 9, ab der 9 ist er auf Platz, auf Platz 3. Was wäre denn der 9? Das wäre vor Pompoko. Das klingt doch gut. Nein. Also, ich muss sagen, wir haben ja schon aufgezählt, was alles toll an dem Film ist. Und ich finde den eigentlich auch voll gut. Aber auf einer, so einer tieferen Ebene hat er mich nicht packen können. Nicht wie die Hoden. Genau. Nicht wie Pompoko, nein. Nee, also, wäre auch ein Film, den ich mir auf jeden Fall auch mehrfach angucke und so. Der ist auch in meinen Top-Filmen dabei. Aber es fällt mir gerade ein bisschen schwer, ihn einzuranken, weil, also, auf der 1 ist er bei mir auf keinen Fall. Weil er mich eben nicht so berührt hat. Ich glaube, Platz 2 ist bei mir Glühwürmchen. Das würde ich, glaube ich, auch noch drüber setzen. Und Totoro und Spirited Away würden, glaube ich, um Platz 3 kämpfen. Und da bin ich mir gerade noch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal sogar noch sagen, dass Totoro bei mir drüber ist. Also, auf die, auf die, auf die 4. Ja. Der Flex hat dich nicht beeindruckt, ich sehe. Das ist, äh, wir müssen Markus aus der Gruppe jagen. Ey, komm, es ist fucking Platz 4, es ist immer noch weit oben. Ich finde deine Kiki war immer noch seltsamer, Björn, muss ich gestehen. Hallo, du mit Nausicaa kannst du mal ganz ruhig bleiben. Wir warten immer noch darauf, dass Cutter wirklich irgendwie diesen, diesen einen Pick hat, wo wir alle denken, what the fuck. Ähm, ich habe schon eine Ahnung, was es sein wird, aber das spoiler ich nicht. Platz 1, Chroniken von Erzähl. Ja, Königrechte, Katzen, wie egal, ob er gut ist, Katzen, Katzen, Punkt. Ja, das, Cutter, das habe ich auch gedacht, das habe ich auch gedacht, das ist so. Wow, das ist, der Film macht einen zu einem Hundemenschen, das definitiv. Äh, ich muss aber zu meinem Platz 4 noch sagen, also, er ist sehr nah mit Totoro, so aufeinander. Ich würde sagen, die sind ungefähr auf demselben, aber jetzt erstmal würde ich eben sagen, Chihiro auf der 4. Vielleicht korrigiere ich das auch noch nach. Ja, kriegst du noch auf die 1, das ist ja auch. Aber, ähm, danach ist bei mir dann immer noch so ein bisschen diese Kluft und dann kommt Porco Rosso erst. Also, Chihiro ist da schon in der oberen Riege auf jeden Fall bei mir. Alles klar. Ja, aber damit hat sich vom, damit hat sich ja vom letzten Mal dann nicht wirklich was getan am, am Ranking. Außer, dass jetzt, äh, Chihiros Reise auf der, auf der 1 ist. Und ich glaube, auch ansonsten hat sich damit nichts getan. Kiki und die letzten Glühwärmchen sind immer noch beide dann auf Platz 2. Und, äh, beim Rest hat sich dann tatsächlich nichts, nichts wirklich geändert. Ja, es ist immer ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, auf welchem Platz Ocean Waves ist. Äh, Ocean Waves ist natürlich auf unserem allen Favoritenplatz. Also Ocean Waves wird halt immer besser jede Woche. Das ist so, der steigt, der steigt ja im Ranking immer weiter, also zumindest in seiner Zahl nach oben. Aber ja, Platz 13. Und es wird auch, glaube ich, der, dadurch, dass du jetzt, ich dachte, so Chihiro wird wirklich jetzt der Film, wo wir auch vorne raus solidarisch eine, eine Zahl mal stehen haben. Eine gemeinsame. I'm sorry. Und der einzige Film, der uns wirklich zu 100 Prozent komplett verbindet, ist, ist die, ist, äh, ist Ocean Waves. Und deswegen bin ich drauf gespannt auf die Chroniken von Erzsee. Das ist das Einzige, wo ich mir, wo ich, wo ich Sorgen, mir Sorgen mache um unsere Solidarität bei, bei Ocean Waves. Das ist der einzige Film, der es brechen könnte. Dass manche von uns sagen, nein, ah, ich muss jetzt endlich mal, ich muss endlich mal für Ocean Waves einstehen und sagen, so schlecht ist er doch nicht. Oder dann sagen, hey, dieser schlechteste Film von Ghibli, Chroniken von Erzsee, immerhin besser als Ocean Waves. Aber da müssen wir, da kommen wir dann beim nächsten Mal hin. Ich hab irgendwie das Gefühl, ich kann mir irgendwie vorstellen, dass Chroniken von Erzsee gar nicht so scheiße ist. Aber mal gucken. Platz 1. Wir werden es definitiv herausfinden. Ja, das auf jeden Fall. Sind ja, sind ja auch nur noch drei Filme hin. Also, so weit sind wir ja noch gar nicht. Und ich glaub dann, für mich ist es so, nach, nach Ponyo sind wir in der komplett freien Phase, wo ich gar keinen Film mehr gesehen habe. Ich glaub, Ponyo ist immer noch der letzte, der letzte Ghibli-Film, den ich, den ich gesehen habe. Also, und danach ist sowieso Freischießen bei mir. Da kann ich nichts mehr einschätzen. Den einzigen Film, den ich jetzt noch darf, also, äh, sind die Miyazaki, also, Königreich der Katzen will ich gar nicht drüber nachdenken. Aber Wandelnde Schloss und Ponyo hatte ich beide ganz gut in Erinnerung. Ähm, da bin ich jetzt mal, mal gespannt. Aber beim Rest ist so, boah, kann ich null, ich nehme mal an, dass ich Prinzessin Kaguya lieben werde, weil der irgendwie von allen so krass hochgehypt wurde. Dass das so nochmal der kranke Brecher von Takahata war, bevor er gestorben ist. Ähm, ja, und, und ich hoffe, dass die, äh, was war's nochmal, The Wind Rises, wie der Wind sich hebt, ähm, als, als bisher letzter Miyazaki-Film auch noch ganz gut ist. Aber, ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus? Hattet ihr noch so Sachen wie Arietti oder so noch zumindest gesehen? Ja, den hab ich noch gesehen. Äh. Den fand ich ganz nett. Ich hab, wie der Wind sich hebt, tatsächlich schon gesehen. Und das ist der Film, bei dem ich denke, dass unsere Meinungen auseinander gehen könnten. Aber wir werden's sehen. Uh. Der einzige Film, bei dem du das denkst. Es ist der Film, bei dem, wenn ich rauskomme, dass Katta einen ebenso großen, äh, Flugzeugfetig hat. Ja, sie hat's die ganze Zeit bedeckt gehalten, aber jetzt packt sie aus. Äh. Also, ich muss tatsächlich sagen, ab jetzt ist für mich blind. Ich hab nicht mal das Wandelndes Schloss gesehen. Ich weiß, dass ich das als Kind immer sehen wollte, aber, äh, es hat sich nicht ergeben. Und ich glaube, außer es war mal sehr passiv im Fernsehen oder so, hab ich keinen dieser Filme gesehen. Ich glaub, das gilt für mich auch. So, Ponyo und das Wandelndes Schloss hab ich noch nicht gesehen. Ah, okay. Also, du hast nur, wie der Wind sich hebt, schon gesehen. Ja. Ja. Wow. Da bin ich ja, da bin ich ja mal wirklich gespannt. Das ist ja dann so, wie viele auch von den, ich mein, wir hatten ja schon ein paar Filme jetzt dabei, aber ich glaub, die meisten hatten wir schon mal irgendwie vorher auch teilweise gesehen. Also, zumindest die, da waren ja jetzt auch mehr Miyazaki-Filme noch mit dabei. Das dünnt sich ja dann jetzt auch danach dann aus nach, äh, Ponyo und das Wandelndes Schloss. Äh, ich bin mal, ich bin mal gespannt. Also, das ist so, könnte, könnte gut sein. Wo ich auch über, hat niemand was von, von dem, was ist das, der, der Mohnblumenberg? Ja. Ist das irgendwie Up on Poppy Hill oder Up from Poppy Hill, ist das der? Sollte? Keine Ahnung. I don't know. Ja, me neither. Alles klar, Martin, dann Abmoderation. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Äh, lasst uns natürlich gerne wissen, wie scheiße ihr Spirited Away findet. Ist jetzt Cliff in den Kommentaren so, also Leute, Ocean Waves ist ja definitiv besser als Spirited Away. Das ist nur eine dreiste Kopie von Ocean Waves gewesen. Ja. Bin mal gespannt, ob ich mir böse Kommentare anhören muss für die Platzierung. Das hab ich auch bei Mononoke gedacht. Ich bin auch echt überrascht davon, wie, 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 wie gut wir da irgendwie durchkommen mit unseren doch teilweise etwas kontroverseren Picks. Ja, ich, ich hab, ich hab, äh, ich dachte auch schon, ich krieg irgendwelche abgetrennten Besenstiele oder so, wach ich mein Bett mit auf, aber. Wirst du noch. Keine Sorge. Gut. Also auf jeden Fall, äh, findet ihr unsere Podcasts in allen gängigen Podcast-Apps und natürlich auch, äh, auf YouTube und auf unlimitedammo.de. Und wenn ihr uns unterstützen wollt und weiter coolen Shit von uns hören wollt, dann, äh, schaut vorbei auf patreon.com slash unlimitedammo. Dort könnt ihr dann auch noch geile Bonus-Podcasts bekommen. Geil! Yeah! Oh Gott. Jo. Ciao. Tschüss. Bye. Bye.